Ich liebe meinen Job. Mein Job ist sehr interessant, weil ich mit vielen Leuten in der Welt in Kontakt treten kann. Ich kann Deutschland erklären, aber um Deutschland zu erklären, muss ich erst einmal die Welt verstehen und kann mich dann entsprechend auch wieder reflektieren. Ich kann dann auch meine Heimatstadt erklären im Ausland und finde immer wieder Leute, die begeistert sind von Deutschland und gegebenenfalls auch Krefeld kennen. Wir sind in der Chemieindustrie. Wir produzieren anorganische Farbpigmente, die zum Beispiel für die Einfärbung von Pflastersteinen verwandt werden. Jeder kennt die Fahrradwege, die in Rot eingefärbt sind. Das sind unsere Pigmente. Für mich ist immer wichtig, auch mal auf Nachtschicht zu gehen, in die Produktionsbereiche zu gehen, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Dort werden Werte kreiert und das bringt mich auch immer wieder zurück auf den Boden, weg von fünf Jahresplänen, weg von großen Strategien hin zu der täglichen Arbeit. Was ist wichtig? Was ist für die Mitarbeiter wichtig? Und wie schaffen wir es, diese Qualität jeden Tag wieder neu auf die Straße zu bringen? Ich bin Jörg Helwig. Ich arbeite und lebe in Krefeld.